Ich konnte sie nicht länger festhalten, sie wollte sofort zu ihm. Bevor ein Kind in ihrem Alter seinen Angehörigen sieht, ist ein Vorgespräch sehr wichtig. Und was hätten sie ja gesagt? Julia, Flo spricht von nichts anderem. Er ist nicht mehr da. Kann er uns sehen? Sehr möchte ich es zulassen, Julia. Deine Blicke. Psst, kannst du mich hören? Psst. Psst, kannst du mich hören? Bis zum nächsten Mal.